Nein! Scheiße! Ich hab's gesehen, ich hab's noch probiert, Leute! Ne? Und, oh! The fuck! GG! Jetzt bin ich mal gespannt! Guck zu, please, wurde gesagt! Okay, es ist ja nicht mehr viel, ne? Wie gesagt, ihr müsst jetzt nur noch eigentlich den roten fertig machen. Aber Freeze ist echt ein guter Spieler, muss ich echt sagen. Ja, und ansonsten gucken wir mal noch kurz mal zu und schauen mal, was hier so abgeht. Ja, rot ist rot. Ich werd jetzt hier nicht ghosten oder so, ich muss natürlich immer aufpassen, was ich sage, weil die Leute hören uns hier natürlich auch zu. So, und ich kann ja mal kurz die Gunst der Gelegenheit nutzen und mal kurz jemanden entmuten. Und zwar hatte ich ja gesagt, dass ich den lieben... Ach, MC Smiley? Genau. Ähm... Talkpower vergeben. Ja! Hallo! Hallo! Na? Hm? So, und den lieben Ebo Kill werd ich auch mal entmuten. Ich hoffe, dein Mikro ist okay. Hi! Hallo! Na? Ja! Ja! Wie gefällt dir das, Bedros? Sehr geil! Okay, ist gut gewonnen, ne? Ja! Ja, ist ein bisschen schwierig, wenn man so streamt und so, weißt du, wenn man immer so ein bisschen hart fertig gemacht und ich krieg einfach nichts gebacken. Hm. Mit dem Gold hat mich trotzdem nicht gewonnen. Hm. Ja, aber wie gesagt, MC Smiley ist ja nicht gemeint. Ne, aber, ähm, wenn du mit Team Blau bist, versuch bitte nicht nur, weil ich jetzt irgendwo streamen oder so uns zu helfen, sozusagen, weißt du was? Ja, das ist ja ein bisschen unfair deinem Team gegenüber. Ja. Das hat uns zwar kurzzeitig geholfen, dadurch haben wir halt 5 Minuten länger überlebt, aber im Endeffekt, ne? Wie gesagt, hast du gesehen, wir wurden ja eh überrannt. Ja, wo ist der überhaupt? Ja, der versteckt sich wahrscheinlich. Ich weiß nicht, hat Roter überhaupt noch das Bett? Nee. Oh, wo soll das denn sein? Ja, und Ebo, du bist ja das erste Mal auf dem Server, ne? Ja, seit heute erst. Ja, ja, ich weiß, du bist ja im Streaming gewesen. Ebo Bekir ist wahrscheinlich der Name, ne? Ja, genau. Hm, okay. Ja, und so der erste Eindruck vom Server, also, weißt du, wen muss ich ja mal fragen, so, weißt du, weil Leute, die neu sind oder so, die geben natürlich immer die ehrlichsten Meinungen, ne? Wie gefällt's dir denn allgemein? Ich mein, du hast jetzt wahrscheinlich nur Bad Wars gesehen, ne? Der erste Eindruck war eigentlich schon in Ordnung. Okay. Ja gut, ich mein, du hast ja wahrscheinlich jetzt nur Bad Wars gesehen oder sowas halt, ne? Gibt's hier nen Tracker? Nee. Aber wie gesagt, wenn ihr Vorschläge habt, alles ins Forum schreiben, ne? Ja, Tracker. Wir prokurrieren das gerne mit rein. So. Und er soll doch nicht unendlich gehen, oder was? Ne. Stimmt, als Spectator muss man eigentlich auch noch die Zeit sehen, dass man sich da mal ein bisschen noch mehr ändern. Fünf Tage später. So. 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 Was haben wir denn hier? Ich bin in Echo, Echo. Komm, wir machen noch mal ne fette Runde in Zweierteams. Wir gehen noch mal in BW2 rein. Finden wir nicht. Weg. Puh. Oh, die Lobby wurde schon voll? So, was nehmen wir dann als letztes? Ich mag ja Haus ganz gerne. Ist das ernst geläftet? Ich meinte, unser Teampartner. Ja, passiert, ne? So, Ebu, ich komm in dein Team. Also, weißt du... keine Ahnung, die... waaahhhh... Wollen natürlich alle bei mir mitzocken. Aber nicht so schlimm. Wie gesagt, wir werden sowieso gleich aufgeteilt. Wie heißt er eigentlich auf dem Zuber? Ich? Äh... von mir? Devilmaus. Ich bin hier so der... ne? Wann mal hier, wo bist du? Wenn ich dich sehe, dann... ah, hier. Ah, da. Okay. Darv canceled. Ja, 10 Leute sind dabei. Kommt noch schnell mit rein. Lieber Jan778... Fuck yeah. Danke für dein Follow, mein Freund. Willst du noch ein Follow? Was meintest du, sumAli? Ähm, was ist ein Follow? Ein Follow ist, wenn jemand... Also, ich stream ja gerade. Also, die können jetzt live zuschauen, wie wir halt hier gerade zocken Und, ähm, das ist wie ein Abonnement bei, ähm, YouTube zum Beispiel, ne, wenn du mich abonniert hast oder so Ne, und da werden die halt namentlich eingeblendet und dafür bedanke ich mich halt, ne, also das ist eigentlich ein Abo Äh, ein Follow, Entschuldigung Oh man So, es geht los Welche Map? Nice, 2x8, sehr gut Oh, 6-5 So Genau, vorne ist Silber am, am, am Bug und innen drin im Laderaum ist halt das, äh, Gold Äh, das Kult Die Bronze Oh man, ich bin schon wieder fertig, ne Ich hab heute auch schon wieder 8 Stunden, ne, 10 Stunden gearbeitet und bin jetzt auch danach wieder hier auf den Server gekommen Und hab gleich angefangen zu streamen und jetzt sind wir auch schon wieder 3 Stunden online So, Talkpower Ähm, wisst ihr was, ne, liebe Leute, bei YouTube, verzeiht es mir, wir machen mal kurz, ähm, Channel editieren Und wir geben jetzt heute, jetzt mal allen Talkpower, die jetzt noch hier dazukommen, in der letzten Runde, ne Damit niemand sagen kann, ich hab euch vernachlässigt Das ist doch schön, er ist drauf Ah, Rex Na, selbe Ja Ne, Will Ja Ach, hier ist der Will Wir haben schon verloren Warum? Du willst es in der anderen Masse Oh man Ja, Freeze ist, also ich muss sagen, so was ich von ihm gesehen habe, so, ne, ich meine, es gibt natürlich bestimmt noch viele andere gute Spieler Na, aber Freeze, hau Was ist denn? Aber Freeze haut's immer voll raus Ich bin in der Mitte gerade, das war da ganz schön viel Gold Wo ist das Wett von denen? Oh, man sehen, was Hinten! Hinten, in der Kajüte! Ja Ich bin dieses... Whitey Devils Tschüss, Leute, komm mit, wir rennen wir einfach mal kurz durch Fuck Ne, bleibst du danach hab'n? Ich bin durch Ich bin durch Was? Ja, 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 ich bleib' danach on Ich hab' leider keine... Boah, ich hab' mich ausgesperrt Oh Gott, er war da? Ja, aber ich hab' ihn Zeug dich, Dewey, jetzt nicht Ich bin hier gefangen Hast du ein paar Glocke? Okay, nice, danke Alex, versuche ich gar nicht, yes Dewey, nimm noch ein gutes Gold mit Jajaja Jajaja Irgendeiner hat die Echowel Ich werde dir das rüberlaufen, bringt's nichts Wo ist der Nachteil? Da David, nehmt Ach, da ist Eisen Ach, ne Genau, vorne am Schiffbog Ähm, David, nehmt Ist das Bett von denen zugebaut? Hm, David, nehmt Ja, Alex Wann machen wir das mit denen? Oh, wenn ich's nehm's, nehm's Wolltest du mehr mal essen Ich hab leider auch noch nichts Ja Dann machen wir das mit dem Zoom-Hub Mit dem was? Mit dem Zoom-Hub Achso, ähm Nach, nachm Stream Fuck, da kommen welche bewaffnet Warte, da kommen welche Ach komm, Alter Komm, welche Na, noch nicht ganz, aber es kommt einer Okay, der ist Na komm, it's right, Unicorn, komm, komm, komm Ich bin hinter dir Ab in Ich bin raus 7 6 Rote Ja, ja Red Sox passt hinten auch sehr gut Was? Was hat das denn? Braucht es? Ja, wie gesagt, ich hoffe ihr habt heute auch ne Menge Spaß gehabt Ne, so wie ich auch Am verlieren Nein, habt ihr aber gut gemacht Das ist ja so mit allen Leuten, in denen ich zusammen gespielt habe Auf jeden Fall Sehr, sehr gut Gemacht Was hält du an? Nein, dann sieht er mir aber noch einer Fuck David, der war unter dir Ja Ja Aber ihr Schreibt man anders was gar nichts Boah, die Runde hat das vor mir richtig verkackt Hm Ihr kennt ganz klar Deswegen ist ja, weil mein Vater mich mitten in der Runde angerufen hat und der grad irgendwie vorging, weil wenn mein Elchen getrennt lohnen Echt? Ja und ich da rangehen musste, deswegen Ist mich sehr wichtig Emil, ich komme Hilfe, Hilfe Nein Ihr habt einen Bogen Ich weiß Jawoll Der Typ am Bogen ist fast down Nein, ich bin wieder runtergefallen Ähm Da hinten Wie war's next? Ich weiß gar nicht, ob du am Start bist Da hoch Nein, ihr habt alle einen Bogen Da hoch Nein, das war eigentlich nur ich Alex Alex ist hier Alex ist hier Nein, was ist Aber guck mal, wir sind eigentlich im Vorteil Nein, du bin nicht Väter Den bin ich Ja, weil wir 6 zu 4 sind Ja, ich weiß, wir haben nur momentan das schlechtere Equipment Marcel viel zweimal Äh, wir sind gerade in BW 2, glaub ich, oder was? Ja, BW 3 Ja, ja Ja, ja Toll ist drüben, haha Ey So, ich komme jetzt auch mal in die Mitte Ja gut, Mitte ist gerade ein bisschen Uuaah Die Mitte gehört, oder? Ja, hau up Hi Devil Oh man, hau up Pick'em Auf YouTuber-Fokus Das ist immer so mies, weißt du Huch Äh Ich speckte hier Also mega nice Ist einfach so richtig hackermisch Du kannst so durch Blöcke durchfliegen Ja, ja Nein! Da steht doch alles hier Da kommt Marcel Jo, Snacks, haut sie weg Nice Nein, man hat ins White-Unicorn abgeflachtert Und ins Blue-Unicorn Geh weg Geh weg Geh weg Geh weg Au Mann Marcel, wieso spielst du mich mit deinem Account Sigmar Gabriel? Die hab ich ja auch nur wegen Pascal Dass der viel Idee hat Hammergeil Ich hab... Weifalte Haben die ihr Bett eingebaut, weiß das jemand? Weiß ich nicht Ja, ist es Ich bleibe auf ihr Bett eingebaut, weil ich war drüben Dann kam Marcel und der bin dann getötet Ich habe Gold Soll ich sagen, ob es eingebauten ist? Mh, kaum Vier Gold-Snacks Krise Das ist echt hart gerade Und MaikaDyYouTube Hallo LoL Oh Maxis Oh, jetzt kommt einer Einer leicht bewaffnet Okay, der hat nen Bogen Och ne Ewe rennt endlich mal ne Alter, das ist viel zu hart, ey Klar Ewe haste noch ne... Ewe haste noch nequipped Ja ja ne, ich versuch den hinter mir zu... Ähm... Schilden, also ich weiß nicht wie man's nennt halt, ne? Damit er durchkommt vielleicht Oder einfach runter zu springen Ja, das passiert natürlich auch mal Ich bin so nervös Demn es ist mir ehm... E old... Cygnor Dav advis ist gefahren Na Mist Da will noch jemand Talk Power Ja, Talk Power ist doch gar nicht drin Wir können alle reden, hm? Achso, jaja Also, Joining Super Nein, nein Oh mein Gott Wir müssen unbedingt den Weg wieder freimachen Macht den Weg frei Ich bin dabei Sehr schön Oben ist einer auf dem Baum auch noch, oh man! Hi! Geh weg! Evi, spam des Todes! Drauf da! Nein, ich dachte auf der Seite kam ich wenigstens durch! Oh ne! Oh man, echt hammerhart! Nein! Halbes Herz, halbes Herz, halbes Herz! Nein! Er läuft leider durch! Freis Kühler! Seid ihr bei, äh, TLS 11 auf dem... Ja, ja! Los, Finn! Dann weißt du, wir spielen auf! Ich komme! Oh! Werbung! Werbung! Das ist ja voll nice! Werden, Mann! Nein! Genau, wir zogen halt grad Bedros bei uns. Nicht wundern für die Leute, die jetzt beim Sweep zu schauen, denn wir haben grad mal die letzte Runde noch mal alle entmütet, die hier sind. Und ähm, ja... Ist natürlich immer... Ich bin da schon weg! Also, wo spielt ihr grade? Ich bin da schon weg! Also, wo spielt ihr grade? Bedros, oder was? Jaja, Bedros, genau! Jaja, Bedros, genau! Okay... I'm Alex, can't have... Oh man, ey! Das ist immer so... Wenn Freeze gegen mich ist... Verlieren wir! Verlieren wir! Wie er sich hier seinen Bunker baut, weißt du? Nein, ich bin allein, Alex! Nein! Musst du nicht... Jetzt bin ich auf... Aber so... Ah! Ich hab mein Inventar zu gremi... Wie viel kostet er noch Backstick? 35? 30? Nee, ist... nicht so teuer! Oh, der war ein, geschafft! Alex kommt durch! Also der einfache kriegst du glaube ich für 12 Bronzeln oder so, ich weiß nicht genau, ungefähr in dem Dreh oder so. Verarschen, du bist immer nur verarschen, Mann! Alter, Alter, wir sind so verloren. Oh Mann! Oh Mann, ich guck dir gerade eine Chance! Ja Leute, wenn ihr es bei YouTube seht und dann einen Kommentar, würde ich mich auf jeden Fall darüber freuen, natürlich! Und einen Daumen hoch, ne? Schreibt, wie ich besser werden kann! Ja! Geht gar nicht! Alter! Oh, hammerhart! Von der Seite dieser Düben kommt ja! Hammerhart, ey! Wie die sich da kennen, was? Nein, tschüss! Die haben sich voll die Bunker hier schon gebaut, weißt du was ich meine? Oh Gott! BW Stats! Achso! Alle! Oder du sneakst halt in der Lobby! Nee, ich meine die Stats von jemand anderem! Hashtag Pink-Schelle! Hehehe!